ging das nicht? Jaha! Nein! Schwacke! Machen wir nicht noch mal. Erdwegblock brauchen wir auch. Die könntest du nämlich früher auch mit den, das habe ich bestimmt schon mal festgestellt, dass man die auch früher mal mit den Hacken zerkloppen konnte und heute geht es nicht mehr. Ärgerlich! Schwacke! Jaha! Stimmt! Bin ich! Na, Kampfschaden? Nein, ich weiß, was mir steht. Haben wir zuhause bestimmt noch. Standort oben. Das ist schon mal gut. Das sagt mir, wir laufen in die richtige Richtung. Kurz einordnen, wo wir hier sind. Sind wir wirklich schon so weit? Tatsache. Andererseits Miner. Das kommt mir jetzt alles so bekannt vor, was ich da unten gesehen habe. Määhähähä. Ähm. Ich brauche noch Rückzugsmöglichkeit. Thema durch. Jetzt. Thema durch. Oder auch nicht. Zwo. Ich geb's euch. Schön. Das sind Bienen. Hier sind sie gefährlich. Hier bei mir zuhause ist es nicht ganz so schlimm. Ich habe jetzt eine Balkonwespe. Seit gestern. Ah, schön. Gab's für die Kinder. Schön Ebbe und Birne und allen möglichen anderen noch Obst und Gemüseteller. Und dann kommt das große Kind drüber. Ah, da ist eine Biene. War eine Wespe. Auf dem Teller drauf. Am Apfel. Und hat sich gütlich getan. Ich habe den Apfelscheid genommen und habe ihn auf den Balkon auf den Tisch gestellt. Die hat die ganze Nacht gearbeitet. Also den ganzen Tag. Das gab's zum Mittag. Und seit Mittag hat die gearbeitet. Und heute Mittag war sie immer noch auf dem Balkon. Also die hat durchgemacht. Die kann was, die Wespe. Die hat durchsetzungsvermögen. Steu ich nicht. Oh. Hey! Ich hab' keine Bomben. Ich seh' ihn nicht. Oh. So. Erzumann. Kaputt. Nicht doch hier noch irgendwo rum. Hier. F. Götze Ziel ist dazu. Krass. Beide. Da können wir hier. Hä? Geht nicht mehr? Warum nicht? Das ging doch vorher. Ja. Echt? Es gibt keine Erde mehr? Schlamm gibt keine Erde? Gut, dass wir letzte Runde noch so viel Schlamm geredet haben. Okay. Aua. Ich habe eindeutig Lund gehört. Hilfe! Krieg mich doch mal nicht so durcheinander. Ich war noch mit meinem Schlamm beschäftigt. Ich muss mich noch ein bisschen erkunden. Ne, nicht erkunden. Ich will jetzt Erde haben. Gibt's jetzt eine Schaufel? Zum Rausschaufeln? Ah, ich hätte doch genauer lesen. So ihn tun müssen. Okidokili. Hm. Ja, es war Zeit für einen besseren Kleider, was? Dass man nicht immer so runter. Plünderer Lagerfeuer bei Werkbank. Stufe 5. Götze. XP 1000. Fähigkeitspunkt. N. Nein, Fähigkeiten. H. Nächstes geht's weiter. Baal. Weidläufer. Assassine. Ich glaube Weidläufer. Sind wir hier auf hinten? Nein. Adlerauge. Ja. Aber später. Multischuss. Ja. Adlerauge. Eigentlich schon. Kondition. Langfresser doch nicht. Geschick. Erhöht den Schaden von Bögen. Schütze. Ja, das ist das. Erhöht dein Geschickattribut um 1. Ist alles null. Alles geändert. Baap. Hier ist es Ausdauer. Erhöht den Schaden um 5%. Habe ich bei mir als Tipp der Riedtäte. Marksman. Fernkampf. Waffen um 10% ist richtig. Und danach Scharfschützer. Scharfschützer. Ah, hier. Scharfschützer. Geschicklichkeitsschuss. Der Schaden am Kopf. Ja, ja, ja. Und dann Weidläufer hier hoch. Ah, für die genauer 2 Konditionen. Ausdauer ist das sozusagen Geschick und Ausdauerregeneration. Aha. Dann gehen wir hier. Schütze. Achso, auch so. Reichweite. Geschick. Freischalten. Schütze. Freischalten. Scharfschütze. Immer schön auf den Kopf schießen. Ach nee, das ist allgemein Fernkampf. Okay, was hat man jetzt noch? Geschick 1 mehr. Schütze. Jeglicher Fernkampf. Jeglicher Fernkampf. Das ist ja sowieso Boogie. Genau. Und Geschicklichkeitsschuss. Der Schaden am Kopf eines Gegners wird um 20% erhöht. Gut. Dann haben wir das auch erst mal geskillt. Nein. Boah. Alter. Schön. Chance genutzt. Da kommt der Nächste. Erstmal kriegt der keine. Nur kriegt der eine. Und in Ruhe die zweite. Ja, lauf einfach weiter. Dann kannst du gleich umfallen. Genau. Das machst du gut so. Dafür, dass du mir hier erstmal so einen Schrecken eingejagt hast. Gucken wir gleich mal auf der anderen Seite. Vielleicht finde ich noch einen. Die haben immer so schön viel Loot dabei. Ja, schön, dass wir den Ball schon wieder hoch ticken. Da. Ich habe es doch gehört. Siehste. Zack. Da unten war noch irgendwo was. Was ist denn noch? Achso, das war bestimmt hier. Von der Bombe. Das ist ein Lager. Das ist ein Lager. Nein. Nicht so weit. Ich glaube, ich treibe. Ich habe es gehört. Boah. Hast du gehört? Oh oh. Oh oh. Lecker. Den habe ich doch mal vorgetroffen. Sorry. Doch schön reingenickt in dem Fall. jetzt so noch mehr hier alles EP alles Loot ach deswegen haben wir das gelernt Plünderer, Lagerfeuer und so das ruht geht heute noch mal weg aber wohl nix kochen gerade kriegt man das kaputt sieht so nach Metall aus wärst du ja, Zwungmetallschrott Mann, hau doch mal richtig drauf kommt mal hier oben drauf ja, das sieht schon besser aus ja, und nochmal jawohl für Zwungmetallschrott ich glaube das habe ich schon ein paar mal festgestellt dass sich das so nicht so richtig lohnt das anvisiert ja und so war gest... oh 6% Lebensraub Chance aber ne Chance ja, wieder Metall nur ne... nur ne... ja warte, was zum Blendern Stein kunst du behalten krieg ich hier was zu trinken raus ja, Wasser und gib ihm noch mal Metall treibend ja... hat sich jetzt nicht so orientiert ne... kriegt heute der Erbauer war das schon wieder Nacht habe ich schon wieder zu sehr gewummelt jetzt habe ich auch noch die Betten kaputt gemacht blicken es nochmal ja... 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 oh komm her komm her das ist mal schön ein mit der dicken wumme ne... der dicken nicht kniffte wumme ne... noch dicken zweihand so... den darf man nicht vergessen zu luten da reinballern sprengen ok... hammer getränke fell und tot mitnehmen das gibt metal laser neuer ort markiert ein marker hinzugefügt unsere beute ist verstaut die beute war zu gut um sie mit dem Rest dieser Heizabschneider zu teilen also verstecke ich die besten Teile am letzten Ort an dem jemand suchen würde du kennst die Höhle gut genug aha Höhle Plünderer Versteck waren wir da nicht schon? Sieht zumindest aber nicht so... hier oben hat man irgendwo was ne? hier unten noch nichts ok machen wir danach noch wir wissen ja nicht wie lange wir hier drinnen bleiben ha da beschwert sich grad wer komm hier genau machen wir mit der groben Keule hm brauchen wir jetzt das Metall so dringend? naja ist das auch wieder so ne Metallkiste? nein das ist ne alte Bücherkiste wow dat ging mal fix Feuersteinfall ok könnte man das nicht immer eigentlich durchsuchen? ok egal egal wir sind an der K... da rechts links nix ok nix ok hier gehts weiter in der Mitte hier ist nix hier gehts weiter in der Mitte ok gegenwehr ist neu uuuuuhh viel gegenwehr und hm hm das heißt drinnen bleiben du fällst jetzt erstmal um und dann guckst du mal wieder her jawohl genau so fällst jetzt um w du du b du